Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Channel. Wir spielen jetzt gemeinsam L.A. Noire, ein Spiel, das mir oftmals von euch vorgeschlagen wurde, als ich noch Mafia 2 gespielt habe. Und ich selbst habe das Spiel vor einigen Jahren auch schon mal gespielt und war sehr begeistert und habe mir jetzt ganz spontan gedacht, das wäre doch echt mal ein gutes Let's Play. Und für diejenigen, die Mafia mochten und für diejenigen, die Detektivgeschichten mögen, für die ist das Spiel bestimmt etwas. Wir spielen nämlich die Polizeikarriere, die Karriereleiter des Cole Phelps, soweit ich mich erinnere, heißt er so. Ein Polizeibeamter im Los Angeles Police Department. Und ich denke, in den Optionen müsste eigentlich alles soweit klar sein, da setzt plötzlich die Musik aus. Ich wollte mal schauen, genau Anzeige, ob wir denn schwarz-weiß... Nein, das möchten wir natürlich ausge... Ist es jetzt aus? Ich hoffe, es ist aus. Okay, so, sonst müsste alles passen. Ich gucke nochmal kurz, Gameplay ist auch soweit. Hallo, hallo, was macht mein Controller? Ich sollte vielleicht mal die Maus ein bisschen wegpacken. Hinweishilfe, so, Sound. Ich möchte nämlich gerne, genau, die Musik ein bisschen leiser, die Dialoge dafür relativ laut. Und ich glaube, mehr gibt es zum Spiel eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist, wie gesagt, eine Mischung aus Mafia, vielleicht ein bisschen GTA, also zumindest so klein wenig. Es ist schließlich von Rockstar Games und hat auch ein bisschen mit Ermittlungen zu tun, so wie man das vielleicht von Sherlock Holmes kennt oder von Murder, Soul Suspect. Das sind jetzt so die Spiele, die ich mit Elenoir vergleichen würde, zumindest so ein bisschen. Auf jeden Fall wird es wieder einige lustige Autofahrten geben und darauf freue ich mich sehr. Und ja, ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, a symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. The city of dreams. Where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of dreamers. A city that will become a model for the world. A city that has no boundaries. A city that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad. Or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL call in car, 14 Adam, 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective in ambulance shooting at 6th and industrial street. Get a 16 William request uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam in route. Und da geht es auch schon los hier mit der lustigen Autofahrt. Haltewege drückt. Ja, das ist ja super, dass ich mit dem Gamepad spiele. Ah, benutze L, um zu lenken. Okay, ich möchte mal eben kurz schauen. LT, um zu bremsen. LT, um rückwärts zu fahren. Alles klar. Ich würde gerne mal wissen, wie ich aussteige. Genau, das ist natürlich auch sehr wichtig. Nein, wir wollen natürlich einsteigen. Ich möchte mich aber gerade mal ein bisschen mit der Steuerung hier vertraut machen. Ah, so komme ich zur Karte. Okay, und da ist unser Ziel, wie es aussieht. Da sind wir. Das heißt, wir müssen einfach die nächste, beziehungsweise, ja, übernächste rechts abbiegen. Und dann nach links. Alles klar. Oh, L um die Sirene. Wow, nice. Tatort in einer Gasse. 10.14 Uhr. Sieh, da. Floyd Rose, Homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps und Dunn, Wilshire Division. Wir hatten eine Schöne, die in der Salle. Wir haben die Vick, Scooter Payton, ein Negro-Mail, bagged up und auf der Weg zur Central Morgue. Wir sehen, dass ein tall, weißer Mann, unser Schöner, zwei in der Vick's head und dann durch seine Piste. I need you guys to try and recover the gap. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a low life. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You're hurry up, Floyd. I'm out of here. Happy hunting. Alles klar, wir sind also... Okay, durchsuche Schauplätze gründlich, um Hinweise zu entdecken. Ja, wie es aussieht, sind wir jetzt am Anfang noch ein ganz einfacher Streifenpolizist. Ja, die Lautstärke der Musik verringert sich, um zu signalisieren. Aha. Es werden akustische Signale, Controller-Vibrationen oder ein Lupensymbol verwendet. Ja. Die Hinweishilfe wird sich bei deinen Untersuchungen unterstützen. Du kannst sie ausschein... Alles klar. Es ging jetzt alles ein bisschen schnell, aber ich hoffe, wir werden schon klarkommen. Drücke in der Nähe deines Partners X, um ihn um Rat zu fragen. Okay, können wir ja mal machen. Okay. Okay, ich habe die Vibration des Controllers hier gerade schon vernommen. Ja, jetzt lass mich doch erst mal umschauen. Hier ist nämlich etwas auf dem Boden. Ah, eine Flasche. Betrachte einen Gegenstand mit L. Okay. Ja, auf Objekte in der Nähe, die man untersuchen kann. Ja, das weiß ich doch jetzt. Was haben wir denn hier noch? Noch mehr Flaschen? Kann ich doch bestimmt auch untersuchen. Aber der Kollege hier quatscht mich gerade so voll. Dass da rechts die gleiche Flasche wie auf dem Boden... Nicht gut für mich, ja. Gut, ich glaube... Nicht besonders auffällig. Schauen wir uns die nochmal an. Sieht unwichtig aus. Okay. Aber hier lag noch eine Zeitung. Zeitung beinhalten Hintergrundinformationen zu Ereignissen, die mit deinen aktuellen Ermittlungen zu tun haben. Drücke A. Okay. Psychiater... Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr... Sheldon. Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes. Given the right set of circumstances, trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering around. You went through a lot together. Yes, doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Okay. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt hier zur Falllösung beiträgt. Gesammelte Zeitung, eine von 13. Uh, da bin ich mal gespannt, ob ich alle finden werde. Vermutlich eher nicht. So, ich schaue mich hier nochmal um. Ich glaube, der Kollege ist jetzt ganz da hinten an der Wand, ne? Er hat gesagt, irgendwas wäre dort. Aber ich versuche natürlich mal, hier nach oben zu gehen. Ich möchte ja so viel wie möglich erkunden. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es auch nichts Schlechtes, sich hier alles ganz genau anzuschauen. Wann es gerade ein wenig dunkel ist. Ach ja, da unten. Ach, da steht er ja. Okay. So, hier ist aber, glaube ich, nichts mehr. So, Moment, bevor ich dorthin gehe. Hier im Mülleimer irgendetwas hinein. So eine dunkle, kleine Ecke, auch nichts. Ah, Moment, hier hat es vibriert. Oh, ein Zigarettenstummel. Nichts von Bedeutung. Und ein Black Screen. Sehr merkwürdig. Gut. Legen wir den Zigarettenstummel wieder hin. Hier ist schon alles abgesperrt von der Polizei. Okay. Da scheint auch nichts mehr. So, fragen wir ihn mal um Rat. Mal schauen. Sagt er schon was? Was denkst du? Bleib deine Augen abgelöst. Wir wollen nichts missen. Gut. Moment, es hat hier gerade schon wieder vibriert. Irgendwo auf dem Boden. Ja, das ist nicht ganz wahr. Ganz leicht die Stelle zu treffen. Ach so, das ist direkt schon die Tür. Neuer Hinweis. Ist hier eventuell noch was? Da oben sind die Scheiben zerschlagen. Weiter runterschauen kann ich nicht. Okay. Ich gehe jetzt erst mal hier in die... Ah, hier ist doch was. Da ist die Waffe. Okay. So, da oben liegt die Waffe. Alles klar. Er spiegelt sich hier. Okay, dann muss sie da liegen. Gut, ihr versucht da jetzt hochzugehen, wenn wir sowieso da hin müssen. Vielleicht schaue ich mir dann doch noch mal die Tür an. Aber wir können nur... Ja, ja. Gut. Wir können aber nur in dieser Entfernung dort stehen. Ich dachte, das ging irgendwie auch, wenn wir ein bisschen näher dran sind. Aber nein. Ja, da ist die Waffe. Okay. Ich weiß Bescheid. Hier ist noch mal was. Da auf dem Boden. Noch eine Flasche. Die ist wahrscheinlich auch eher uninteressant. Ja, das stimmt. Daneben Zigarettenschachtel oder was ist das? Die können wir uns nicht anschauen. Also, wie ihr direkt schon merkt, es ist nichts für Leute, die jetzt hier möglichst schnell irgendwie durchrushen wollen, weil man nun mal auch nach Hinweisen suchen muss. Vielleicht... Ah, hier ist noch was. Vielleicht ist es jetzt am Anfang noch nicht ganz so... ganz so viel, aber später müssen wir auf jeden Fall auf jedes Detail achten. Aber das ist auch nur ein Zigarettenstummel und das vermutlich auch nur eine Flasche, die nicht weiter von Interesse ist. Aber wer weiß, es kann natürlich immer sein, dass irgendwo Fingerabdrücke oder so zu finden sind. Hier auch nicht. Bewege dich auf ein Abflussrohr zu. Okay. Ah, dann werden wir das doch mal tun. Kommt der Kollege hinterher? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Nee, noch nicht. Und natürlich bleibt er oben. Was liegt denn... Ach, hier ist die Waffe. Ach so, das spiegelt sich auf diesem Dach hier. Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert, warum er hier hochsteigt. Ah, direkt die Seriennummer. Drücke A, um den Gegenstand weiter zu untersuchen. Noch irgendetwas Interessantes? Nein, anscheinend nicht. So, gefundene Hinweise werden ins Notizbuch eingetragen und können jederzeit während eines Falls angesehen werden. Dann wollen wir doch da mal reinschauen. Tod im Spiegel. Partner ist Ralph. Dann Personen. Das ist Cotter Payton. Ach, das ist der... Ach so, männliches Mordopfer. Schwarz. Zwei Schüsse aus nächster Nähe. Okay, passt ja dazu. Beweise durchgehen. Blutfleck. Blutspritzer an Türe und am Boden der Gasse. Blutfleck, das ist die Waffe. Okay. Zwei Schüsse abgegeben mit der passenden Seriennummer. Wen haben wir noch? Mordverdächtiger. Zeugenbeschreibung eines großen weißen Mannes. Da haben wir wieder den Blutfleck und die Waffe. Alles klar. Ah, das ist der Detective Floyd Rose. Das ist er. 42 Ermittler der Mordkommission als Erster am Tatort und unsere typischen Beweise. Okay, dann weiß ich jetzt zumindest, wie das Notizbuch aussieht und wie das Ganze hier funktioniert. Hinweise. Okay, da bekommen wir nur die hier. Seriennummer. Alles klar. Gut, dann hätten wir hier unten noch Orte. Das ist Buch. Orte. Der Ort, an dem wir gerade sind. Tatort in Gasse. Okay. Intuition. Du erhältst Intuitionspunkte, wenn du Erfahrung und Ränge erlangst. Setze die Intuitionspunkte ein, um deine Untersuchung zu unterstützen. Okay, aktueller Rang. Ein Punkt haben wir. Eine Antwort entfernen. Community Fragen. Ah, okay. Gut, ich glaube, das wird später wichtig, wenn wir dann tatsächlich einen verdächtigen Ding festmachen wollen. Aufgaben. Eine Schießerei. Okay, kurz Zusammenfassung. Alles klar. Gut, hätten wir das erledigt. Und wenn ich das gerade richtig gelesen habe, stand da etwas von wegen Untersuchungsmelodie oder so ähnlich. Wenn die aufhört zu spielen, dann ist die Untersuchung beendet. Ich habe jetzt nur nicht darauf geachtet, welches die Untersuchungsmelodie ist. Aber wie es aussieht, ist hier sonst nichts mehr. Wir haben die Waffe gefunden. Wir haben das gemacht, was der Detektiv von uns verlangt hat. Das ist eine Waffe, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Okay. You could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. So, Notizbuch, um dein nächstes Ziel reinzustellen. Kann ich jetzt einfach auf Orte gehen und dann Orte Waffen laden? Ja, genau, da möchte ich hin, aber Waffen laden. Ach so, als Ziel festlegen. Alles klar. Na ja, das wird schon. Was ist denn hier noch so? Ach, die ganzen Schaulustigen. Können wir hier nochmal mit dem Officer sprechen? Geht das? Okay. Da ist ein Klamottenladen. Ich würde da einfach mal gerne rein. Ich meine, das ist ja auch, wenn es denn geht. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Spiel zum Entdecken. Wenn das geht. Nein, das geht natürlich nicht. Okay. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir jetzt ins Auto steigen, dass uns der Weg zum Zielort nicht direkt gezeigt wird und wir das tatsächlich nur an dem Fähnchen da erkennen. Das wird sehr lustig. Weil da muss ich doch ständig auf die Karte gucken, oder? Ich fahre hier schon die ersten Leute um. Ja, okay. Gut, also, wenn es schnell gehen muss, kann ich einfach die Sirene nutzen und dann fahren die Autos zur Seite. Das ist schön. RB, Handbremse. Alles klar. So funktioniert das Ganze. Ah, drücke X. Ah. Um deinen Partner nach dem Weg zu fragen. Er sagt aber nichts. Hier geradeaus. Ach so. Okay. Okay. Das ist ja nett, dass der den Weg weiß. Ich muss mich erst mal ein kleines bisschen an die Autofahrt hier gewöhnen. Das letzte war, wie gesagt, Mafia 2, was ich so in der Art gespielt habe und hier gehen die Autofahrten doch ein wenig rasanter. Hätte ich hier abbiegen sollen. Der Typ. Hier links? Junge, hier geht's nicht links. Du bist ein bisschen zu spät, mein Freund. Ich kann aber die nächste links nehmen, wenn du möchtest. Hier diese große Straße. Erste Folge, erster Unfall. Natürlich. Natürlich. Wie sollte es anders sein? Hallo, ich bin Polizist. Ich darf das. Alles klar. Wow. Also das geht tatsächlich um einiges schneller als in Mafia. Aber Gewöhnungssache. Ich krieg das schon noch hin, Leute. Zumindest so, ja, wie ich es immerhin bekomme. Eher schlecht. So, Waffenladen. 10 Uhr 39. Mhm. Der Herr darin sieht nicht besonders freundlich aus. Golden im Türgriff. Ah! Ah! Das war's. Für .357, nickel plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? So, neuer Hinweis. Kassenbuch des Waffenladens. Okay, schauen wir mal rein. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Das sind die Namen. Das ist... Ach, hier sind dann die Waffen. Okay. So, nein. 27er. Wir brauchen ja den Perlmuttgriff. Da ist wieder die Adresse. Was haben wir denn hier? Perlmuttgriff. Das sieht doch gut aus, oder? Na, das ging schnell. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ja, das ist doch schön. War der gar nicht so unfreundlich, wie ich dachte. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist sehr dunkel. Oder ich habe es sehr dunkel eingestellt bei mir. Ich würde jetzt gerne nochmal nach unten. Vielleicht kann man hier noch irgendwelche Sammelgegenstände oder so finden. so finden oder einfach alles kaputt machen. Da kommen wir nicht. Moment. Kommen wir da hin? Ich sehe leider nicht, was hier ist. Nein, hier ist nur ein weiterer Schießstand oder ähnliches. Oh, Moment. Da war was. Nein! Warte! Warte, warte, warte. Geh nicht raus. Hier hat gerade noch was vibriert. Only the gun doesn't prove, he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga, then. Okay. Das ist doch eine tolle Stockente. Oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. So, Notizbuch, um das nächste Ziel einzusehen. Ach so, da muss man immer auf Orte gehen und dann das Ziel auswählen. Und als Ziel festlegen. Alles klar. Alles klar. Ach, der Kollege sitzt schon drin. Ja, dann. Dann komme ich natürlich auch. Ja, es ist echt verdammt dunkel, finde ich. Gut, es ist jetzt auch gerade Abend oder Nacht, aber trotzdem. So, wir fahren jetzt einfach mal hier so rum. Alles klar. Hier? So wahnsinnig. Ich glaube eher die nächste, ne? Vor allem rechts, ich werde jetzt links gefahren. Aber gut. Der hat hoffentlich einen Plan. Dann fahren wir einfach mal. Okay. Just because we're in uniform, doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. It seems a little too good to be true. One of a kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. Two out of every three crimes are done on impulse. Naja, ihr braucht nicht rufen. Alles gut. Fahre ich jetzt am besten lang? Hier ist schon... Naja. Ich konnte jetzt links fahren. Ich fahre jetzt einfach hier wieder rechts. Ich meine, auf den Kerl ist er irgendwie... Ja, fahr bitte vor. Genau. Auf den Kerl ist er irgendwie kein Verlass. Ich mache jetzt hier die Sirene an. Dann geht's ab. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Okay. Gut, ich glaube, jetzt können wir sie mal wieder ausmachen. Wow. Wow. Das lenkt sich so unglaublich schnell mit dem Controller. Und ich bin ja schon so eine hektische Fahrerin. Das kann also nur lustig werden. So, ich glaube, ich biege jetzt einfach mal geradeaus. Ja, ja. Und da hinten biege ich jetzt links ab. Aus dem Weg, bitte. Hier kommt die Polizei. Ich fahre mal wieder die Sirene an. Oh, hier ist es doch schon, oder? Oder ist das in der Nebenstraße hier? Okay. Wir sind an seinem Apartment. Und ich würde sagen, das war es für die erste Folge. Ich hoffe sehr, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Mit dem Cola King dort oben rechts. Bis dahin. Tschüss.